So, wir gehen rein zu Forth Solace. Ich hatte richtig Bock drauf, als ich das bei Steam durch irgendeinen Zufall gefunden habe, da wir eh kleine Spiele durchspielen, die nicht so unglaublich lang sind. Ich denke mal, was sind das hier? Gute acht Stunden. Ja, wir gehen einfach mal rein. Ich hole euch mal dazu. Dann können wir zusammen hier mal kurz auf den Controller wechseln. Wir haben ja wieder unseren Xbox-Controller, um ein PS5-Spiel durchzuspielen. Aber wir gehen einfach mal auf ein neues Spiel und genießen dann ein bisschen. Ich denke mal, dass ich ab und zu mal meine Facecam ausmache. Warte mal. Ich denke mal jetzt. Ja doch. Ja. Weil doch die Trailer und so weiter schon ziemlich gut sind. So, ihr hattet es? Ich würde nicht sagen, ich hätte es. Ich habe nur, dass sie mehr gemacht haben. Wie kann er das noch gemacht haben? Sie waren über Zombies. Oh, egal. Ich bin jetzt gerade auf. So, es ist Zeit für ein neues Spiel. Ich glaube, es ist deine Wahl. Ich nehme meine Zeit mit diesem Spiel. Ja, wie das Hull. Es sieht viel besser aus, seit ich hier bin. Ist das bevor oder nachdem du es verletzt hast, die Woche fixiert? Diese Wetter-Pattern sind immer schlimmer. Die meisten unserer Arbeit sind jetzt auf die Wetter-Pattern zu reparieren. Ich habe wirklich nicht gehört. Dann wieder, dass du mit dir für die Cycle-Rotation hast, ist einfach so spannend. Vielleicht wäre es schlimmer. Vielleicht wäre es mit dir... Jack? Du hast sie verletzt. Was hast du gesagt? Der Anarche von Solace ist gegründet. Solace? Das Relic? Manuell initiiert. Ich habe nie gesehen, einen manual. Oh. Du denkst, dass du deine letzte Woche verletzt hast, mich machen. Ich bin auf vacation. Als morgen die Shuttle kommt. Ich contacte sie und sehe, ob es eine falsche Alarm ist. Wie erwartet sie, dass sie ohne Power reagieren? Wenn sie reagieren, dann ist es eine falsche Alarm. OMG, du bist so smart. Das ist deshalb, warum sollte ich die Spiele auswählen. Ist das über die Zombies? Ich hätte nicht mehr wissen, was du meinst. Ich wusste es. Fort Solace? Das ist Jack Leary, Senior Engineer, reagiert auf deine Alarm. Bitte kommen Sie. Jack Leary, reagiert auf Fort Solace. Alarm. Hast du alles okay da? Anything? Nein. Weird. Trigger die Alarm und nicht reagieren. Es ist eine Stöhne von hier. Warum nicht du siehst? So. Die Leute, die diese Sprache benutzen, benutzen nicht normalerweise diese Logik zu Mars. Diese Vacation kann nicht schnell genug kommen. Ich habe schon gehört, die haben die Laufgeschwindigkeit fast verdoppelt von dem Charakter. Weil, äh, man braucht ewig, um von einer Art so nach W zu kommen. Ist ganz gut, dass es jetzt, äh, gefixt wurde. Das ist gut. Sehr gut. So. Sieht ganz, äh, schön aus hier. Wir sind, äh, auf jeden Fall, falls ihn jemand nicht mitgekriegt hat, auf dem Mars. Und, äh, letzter Tag im Urlaub. Äh, letzter Tag vor dem Urlaub. Ja. Und jetzt müssen wir noch einen Notruf bearbeiten. Da hat er natürlich richtig Bock drauf. Hm. Set course for Fort Solace. Calculating. Jack Leary, Senior Engineer on Rift Fort Solace. The Planum Quadrant responding to an alarm. Suspected power failure, I'll wait for other information. Recording submitted. Okay, I'm heading to Solace. Keep an eye on that storm. I'll die till pass the guy unnoticed. Jetzt nehmen sie so gut aus. Ähm. Ja. 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 Ja, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 No idea why I even tried to repair the hole. Schöne player action hier. Das wird bestimmt lustig wenn man das in der Zeit drücken muss. Wie gehen Sie? So jetzt aber. So ist er endlich. Checken wir gar nicht wann es jetzt los geht. Ich dachte das muss man jetzt... Okay. Erstmal Anschwung holen hier. Jetzt nimm nochmal Anschwung hier Kollege. Nicht so faul. Haha. What the fuck. Du rickst das hin. Du rickst das hin. So komplex ist es ja nicht. Ich hab irgendwie... Ich hab irgendwie das Gefühl der Controller reagiert super langsam. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Das wird nur lustig. Schmerzhafte Lante. So jetzt die Leiter aber ganz entspannt hochlatschen. Bitte. D. Jawohl da sind wir im Kapitel 1 angekommen. So. Das ist tatsächlich das Helmlicht das da oben an ist. Das war ziemlich nice. Ich dachte das wäre irgendwie ein Licht an der Brust oder so. So. Kein Helm, kein Licht, wa? Können wir es schon mal merken. Das heißt äh... Macht er auch selber an und aus. Gut. Lockdown in effect. Strange. The lock overrides are still on. It's not strange. It's protocol when a lockdown is triggered. Hello? Oxygen reserves are still active. Well the backup generator maintains the oxygen level. Uh. Well. Not anymore. Uh. Well. Not anymore. Gewiesel. Hier sieht doch noch alles normal aus. Ist das nicht ein Kirschbaum? Very chic. Ah. Uh. Your comms just went local. Please tell me you didn't remove your helmet. You know I don't like to wear it all the time. I can't believe you actually removed it on sight. Oxygen levels are stable. It's not natural to wear it that long. Are we gonna pretend you're wearing yours? Yes. I knew it. I'm not the one responding to a lockdown alert. I'll be fine. The backup generators power more than just the lights you know. At least it's sinking in. Um, uh huh. Uh huh. Here we go. Um, there's a bunch of stuff to click on. Let's see. Let us just a bit in here. Hell of a storm on the way. Da muss die Fenster zu sehen. Erstmal eingepackt, das Ding. Vielleicht braucht man das ja noch, wa? Sicher ist sicher. Irgendwas mag er an dem Licht nicht? Ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht so. Oh, ich bin da auch nicht. Ich bin da sicher, dass du in den richtigen Platz bist. Ich meine, ich denke so. Vielleicht ist es besser, um die Schematik zu holen. Nur um zu confirmieren, dass ich die Sitefile von hier kann. Good idea. Standard issue. Es ist nicht so comfy wie es aussieht. Ich habe es immer liebte, es ist es. Ich habe es immer liebte, es ist nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Oh, es ist ein Frog? Oh. Mhm. Fort Solace 2053. Ich habe es in diesem Baum, das macht mich älter. 2053? Das ist fast so älter als ich. Es ist schwer zu denken, dass wir hier so lange waren. Na, dann ziehen wir uns mal kurz hier rein, wo die... Oh. Ist das eine Energydrink-Werbung? Was ist denn hier los? Gut. Atrium, mhm. Ist das die Karte, die man... Guckt man sich so die Karte an in dem Game? Ja, alles klar. Okay. Sieht ganz schön riesig aus, Mann. Das sind die Stockwerke. Okay, die Loks sind da und da offen. Da sind wir reingekommen und jetzt müssen wir hier gleich mal ins Office gehen. Also, hier kommen wir in die Karte, okay. Okay, das war mir schon klar, weil die ist rot, aber man kann ja sein Glück mal versuchen, ne? Hier sind wir reingekommen, hier liegt da der Helm. Jetzt gehen wir mal kurz ins Büro. Wenn ich mich nicht eistäusche, müsste das das Office sein, ja? Oh. Was gibt es denn hier? Mal zu trinken. Gönn dir, mein Freund. Klassiker. Ja, setz dich hin. Feel free, mein Freund. Das ist ziemlich geil, eigentlich. Wie er einfach chillt und sein Bier austrinkt. Mir doch egal, was hier passiert ist eigentlich. Ich bleib hier. Trink eine Flasche Bier aus Sky, es gibt sogar einen Erfolg dafür. Feier ich, feier ich. Das war richtig, richtig gut. Das hat mich auf jeden Fall abgeholt für das Game, ja? Da, 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 hm. So, und gehen wir mal schauen, was hier im Office so abgeht. Na, was ist ein Zufall, da haben wir die Batterie ja schon mitgenommen, ja? Was hat das? Die i5. Nein, be careful handling those. They were replaced for a reason. Immer so, immer so. Wir gehen erstmal kurz hier rumschauen. Schauen wir uns erstmal im Office ein bisschen... Was können wir denn hier am Pizik umschauen stellen? Imagine, ne? Weil man muss hier, steht ja hier bestimmt irgendwo auf dem Boden oder so. Ah, hier. What? 08 07. Das ist ja schwierig. Uh. Und ich dachte, ich war alt. Du bist alt. Niemand hat gesagt Bingo, seit 2030. Bingo. Hier ist er wieder... Keine Dokumente. Wo ist das Wasser? Das wird mir helfen, zu den höheren Leveln zu erreichen. Achso, jetzt können wir hier... Gut, die Tür ist jetzt offen. Die Tür ist entriegelt. Ich glaube, darum ging es eigentlich. Gut. Dann haben wir jetzt hier den PC schon mal abgeschlossen. Das war ja ein richtig schweres Rätsel. Aber da kommen wir ja eigentlich noch an einen Punkt, wo bestimmt... Ich will mich anstellen, wie der erste Mensch... Der eine Rätsel lösen muss. Gutes Herr. Ja. Das wäre verrückt, nicht zu. Okay, das klärt sich erst mal einen Datenstick. Let's go. Okay. Okay. Und er behält ihn einfach. Das ist okay. Kann man ihn jetzt wieder zurück tun? Oder ist das so collectible mäßig? Das sieht aber auch schon ein bisschen... So KI generiert aus. Das Bild. Sehr, sehr gut. So. Entschuldigung. Nice. So. Warum kann man das machen, Alter? Komm, zehnmal. Vielleicht gibt es auch einen Erfolg dafür. Okay, jetzt reicht's. Hallo. Hör auf zu rechnen. Gut. Ja. Das ist alles noch nicht so ganz aufschlussreich, was wir hier gesehen haben bis jetzt. Das bleibt spannend. Mal schauen. Vielleicht ist ja hier in der Toilette noch irgendwas versteckt. Ja. Die haben auf jeden Fall mal hier sauber gemacht. Open. Vielleicht kann man Pipi gehen, hä? Wie geil ist. Ne. Okay. Hier ist nischt. Hätte das sein können. Bei Bioshock ist immer was auf den Toiletten. So, hier haben wir den PC mitgenommen. Das äh... Warum jinks ja eigentlich. Obwohl ich das weiß. Keine Ahnung. Wir spielen ja das Spiel hier zusammen. Das ist aber ne coole Maus, die so in den... What the fuck. Das ist creepy, man. How do people solve this? Oh, please, Alter. So weiß zu weiß, ne? Kann man den echt lösen? Das ist ja so geil, man. What the fuck. Ich hab zwar leider... Ich hab leider keine Ahnung, wie man das macht. Deswegen, äh... Nein, falschrum. So. Ich, ich... Bleib jetzt sicher, ich stehe löst wie nen Würfel, Alter. Das hab ich noch nie geschafft. So, was? Gibt bestimmt hier, äh, so ne genaue Abfolge, die man da so beachten muss. Wenn wir hier Würfelprofis haben. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Wer Bock auf diesen Würfel hat. Und... Kauft euch das Game. Ich glaub, es kostet 13 Euro. Da könnt ihr dann den Würfelsimulator spielen. Sehr, sehr nice. Ich finde die ganze Atmosphäre in dem Spiel ziemlich gut. Bin ich ehrlich. Ähm... Ich geh jetzt um mir die Figur einpacken. Haben die mich schon gesehen hier. Ja. Ja. Sein Sepp. Ja, damn it. Man darf auch keinen Spaß haben hier, ja? Das kann ja nicht wahr sein. Ich würde mit meinem Aufzieh Astronaut hier spielen. Gut, hier ist nicht wirklich was am Start, aber ich hab ja die andere Tür aufgemacht. So, was war denn das? B? Ne, das war nicht die Taste. So, jetzt haben wir hier den kleinen Raum auf der einen Seite aufgemacht. Oh Gott, das sind doch so viele Räume. Gut, mal gucken, ob wir das hier so durchbekommen. Jetzt gehen wir nochmal in den nächsten Raum und ich denke mal, dass es dann... Das dann schon ein bisschen interessanter wird hier. Ob er das wirklich machen möchte. So, Captain Multitool. Wir haben hier sieben Nachrichten. Ach so. Oh, Videodaten können wir auch noch. Okay. Neue Mission sind es jetzt nicht. Hier die Tür war zu, ne? Da haben wir vorhin geschaut. Das wird schon ein bisschen interessant, bitte. Los, drück die A-Taste mal an. Komm schon. Schreng dich mal ein bisschen an. Mal richtig auf, Mann. Was ist denn da los? Jawoll. Jawoll. Still no sign of anyone. What could they be? Maybe. They are cursed to forever walk the surface of Mars feeding on brains. Ah, we're back on this. I'm sling. His sacrifice was heroic. I'm glad to see, Chivalry isn't dead. Yeah, but he did die. How romantic. Okay, Warstel geht natürlich nicht. So wie immer. Großartig. Mal kurz hier. Können wir auf die Map gucken? Während er die Treppe runter läuft? Ne, anscheinend nicht. Lower Levels. Atrium. Wir wollen ja in die Lower Levels. Erstmal schauen, was hier ab geht. Ähm. Two quarters. Anscheinend ist das erstmal die... Da unten die beiden Türen sind noch zu. Ich denke mal, dass wir hier jetzt mal zuerst reingehen. Wollen wir mal ein bisschen in den Sachen von den Crew Leuten rum. Das mögen die bestimmt richtig gut. Äh, richtig gerne. Ja, hier gibt's Merchandise. Mhm. Guck, wir holen uns auch mal ne Runde Merchandise hier. Ach komm, jetzt können wir uns kein Merch holen. Warum? Hm. Okay, ist alles dunkel hier hinten. Ach, hier ist ne Tür. Ich dachte, das ist ne Spiegelung. Auf ins Gym. Hm. Ja los, hau mal richtig rein hier, alter. Was ist das denn mit der Linken? Die geht nicht, oder was? Ja, okay. Jawoll. So wollen wir das sehen hier. So wollen wir das sehen. Sie sind mir vorbereitet. Wo auch immer uns hier... ...auf die Nerven geht. Eine Stunde Tretmühle? Nice. Ja, drück doch mal. Ach ne, er hat schon stark gedrückt. Ja los, komm. Wir schaffen einen Kilometer, oder? Das ist alles, das ist alles gut für die Gesundheit, Jungs. Ob es ein Erfolg gibt, dass man die eine Stunde rumhängt? Glaube nicht. Aber bestimmt. Die haben so viele Erfolge hier in dem Game versteckt. Das ist der Wahnsinn. Ähm. So. Gibt es denn hinten noch was zum Ausprobieren? Das ist ja super. Hm. Ne, leider nicht. Und drüben ist die Tür auch zu. Aber hier ist auch die Tür zu. Für dich. Na schade. Ich dachte man kann die irgendwie jetzt aufmachen oder so. Aber coole Gym auf jeden Fall. Da würde ich auch mal äh... Ein paar Gewichte stemmen. Ich wollte kurz sagen, sind wir hier nicht hergekommen? Ne. Sind wir nicht. Ja man. Das, das, das sieht doch aus wie... ...der Personalbereich hier. Ich möchte aber auch was sehen hier. Holgas Ränder. Okay. Okay. Ah. Still got it. It must go for a walk when we play. Ja. In my Boston heyday? I could have given you a game. Sure. Sehr geil. Dead man's hand. That's all I need. War da vier Asse? Aha. I'd never get out of that with my back. Ist ja schon so alt alter. What the fuck. So halt sieht doch gar nicht aus man. So wir wollen jetzt aber nicht weiter. Da ist die Kantine. Wir gehen dann mal hinter den Vorgang schauen hier. Da ist bestimmt noch creepiger Kram versteckt. Oder ob nicht. Ach das hier ist, hier ist ein Schattenkino ja. Sehr, sehr geil. At least Solar had a more engaging premise. Dead Solar. Yeah. I was just an idiot clearly searching a haunted station. I just heard it. Huh. For the record I'm not searching. I'm investigating. Hmm. Okay. Dann wird's wohl doch die Kantine. Kann man hier noch ein Dartfall werfen? Leider nicht. Genug Sportaktivitäten hier absolviert. Jetzt geht's auf in die Kantine. Ja. So auf in die Kantine. Meine Freunde. Gehen wir noch in die Kantine und dann äh. Hallo? Mach Kontakt? Ah. Hm. Maybe with the shadow of a fridge. I think you may have been up here too long. Und mit die Kantine nicht auf man. Gott wie viel darin. Ich hab Hunger. Ja außenrum bestimmt gehen. So. Was ist denn hier Supply-Room? Gut hier gibt's doch noch Licht. Ich dachte wir müssen jetzt hier so creepy durchschleichen. oder irgendwas. Was haben wir denn hier eigentlich? Hey. Guess what I found. What am I actually supposed to get? Well, you remember when we first came up here? Before they started arguing over the territory. Yeah. They still have one of those old earth force flags. Earth what? Well, not that. I think it was called earth expedition force. It wasn't that either. But yeah. I know what you mean. Well they still have theirs. And where did you find that? In a supply room. Why are you in a supply room? I miss peanut butter. Took a chance. Priorities. What are you doing? I'm resetting the lock. Oh. Oh. What if someone hurt? It's justified. That's not how it works at all. But okay. The most logical place for them to be is their quarters. I would say solid. Solid. I'm a super hacker. Man. That's better than at the beginning. Definitely. Looks cozy. Hmm. Life of luxury for some. I guess. How do you know? You can't even see it. It's hard to be worse than the engineering shack at minor. Haha. Haha. Here was the crew quarter. We need to get out of here. Access required. Das heißt wir müssen einen Haufen Access Karten finden. Warnung. Not the news. Okay. Hier ist irgendwas. Wird irgendwas nicht benutzt. Ja. Hätte sein können dass wir da trotzdem reinkommen ne. Wieder mit so unseren kleinen Hacking Skills. Hmm. Ja ich äh. Bin wie gesagt immer noch grafisch beeindruckt von dem Game. Hm. Ach komm. Level 3 Access Malta. Wir haben noch keine Insta Karte gefunden. Level 05 Access required. Level 05 alter. Was ist denn hier los. Level 04 Access required. Mark da einfach. Ich kann hier nirgendwo reden. Wow. Honesty? I couldn't help myself. I'm already down here with nothing but a helmet light. I don't need a soundtrack. How's that helmet working out for you? Just splendid. Good to hear. I still don't know how you even watch those old movies. It's not easy, but it's worth it. Here we come in. Okay. Whoa! This takes me back. Yeah, this... Yeah, so a sample vinyl, probably. What have we here? Spins. Okay, could be my Spins. Anything else, nothing else. No equipment, attitude. Hauptsache, the old batteries are in there, right? That's a shame. A place like this must have a secret room somewhere. Guter Hinweis. We're going to check all the books. Hey, a keycard. That's a start. This should make getting around easier. It won't mind if I borrow it. Okay. Was nimmt die nicht mit? Level 1 Zugriff. So, jetzt kommen wir in die Level 1er Türen. Was eine riesen Möglichkeit äh... Door locked. Door locked. Hmm. Door locked. Ich will die Parts auch nicht zu lang machen. Door locked. Door locked. Ich denke mal, dass wir jetzt gleich... In irgendeine Tür reinkommen, bevor wir nicht reingekommen sind. Ist mir trotzdem... Wie sieht's doch gut aus. War jetzt einfach so offen? Tun wir hin. Yes, I found a fellow believer of yours. Oh, really? What did you ask them? What triggered the lockdown? What? Exactly. Well, let's hope for my sake that that isn't what actually happened. Was denn das hier? Noch ne keycard? Ne. Irgendein Batteriekram? Ne, was war denn das? Was war denn das nochmal? Ich kann mich nicht erinnern. War das eine Batterie? A quiet taste, I guess. Ist hier so ein Astronautenessen? So. So. Remember that time we went to see No Escape? Remember it? I'll never get those hours back. Oh, what a show. Creepy. I'm guessing a flickering light shadow demon. Close. I think I'm looking at her face in the wind. Okay. Now I need to know. This is some drawing I found. Ah, yes. The scavenger hunt continues. Crazy what these samples go for back home. Crazy. Okay. Das ist alles hier zu, wa? Door blocked. Wollte gar nicht versuchen. Wahrscheinlich nur da wo auch der Lock vor der Tür blau ist. So. Ist ja richtig ein nicer Spiegel. Gefällt mir. Fertig auch her, ne? Relax. 2081, Alter. That's one hell of a nosebleed. Ich stehe genau davor, Alter. Das habe ich gar nicht gesehen. What the fuck? Wieder abgelenkt vom Spa-Bereich, Jungs. Der Einschwind ist offen. Nichts weiter zu sehen hier. Außer das Tophia noch grinst. Außer das Hasenblut. Gut. Door blocked. Door blocked. Door blocked. So. Da waren wir drin. Schauen wir mal, schauen wir mal auf die schlaue Karte hier. So. Wir müssen. Wir müssen. Da rüber. Ich denke mal, wir gehen erst ein Stück zurück, damit wir jetzt die Level 1er Tür drauf gehen. Wie wir vorhin äh. Door blocked. Ich nehme jetzt vorhin die Rütteltür hier. Door blocked. Hallo? There is no one here. Um. Try the medical bay. There is always someone on duty. But what if an injury caused lockdown? Level 5. Access. Required. Level 3. Access. Roger. Level 5. Access. Required. Was ist nicht der Krankenstation hier vorne? Level 4. Access. Required. Required Barroom. So. Hier waren wir ja schon drinnen. Äh. Warte mal. Krankenstation. Ich will nochmal abbiegen kurz. Also ich ähm. Geradeaus und dann rechts. Warte. Ja. Kann ich nicht ein bisschen schneller laufen bitte? Hallo? Oder? Nur ein bisschen. Okay. So. Wie war das? Gym. Äh. Kann ich da irgendwie nichts lesen? So. Atrium. Och. Alter. Aufenthaltsraum. Büros von. Wo ist denn die Krankenstation hier? Hier? Kommunikationszentrale. Na klar nach. Ging es hier nicht zum Treppenhaus? Oder bin ich jetzt total lust? Ne. Kantine war jetzt. So. Wir sind doch nochmal. in die andere Tür. Ja. Ich äh. Ich würde ihn gerne ein bisschen schnell laufen lassen. Aber irgendwie. So schnell kann er auch nicht laufen. Der Kollege. Zumindest noch nicht. Level 3. Access. Required. So. Oder andere Seite. Grill Bay. Level 2. Access. Required. Lower Levels. Was steht denn hier dran eigentlich? Nur Lower Levels. Na gut. Wir schauen mal unten kurz nochmal nach. Und dann geht es in die Krankenstation. Da sind wir auch schon angekommen. Dann geht es in die Krankenstation. In der nächsten Folge. So. Ähm. Krankenstationen. In solchen Spielen sind immer richtig richtig gut. Hab ich gehört. Äh. Deswegen. Danke fürs Zuschauen schonmal. Ähm. Ich hoffe es gefällt euch. Ich hab ähm. Ja. Wie gesagt. Äh. Richtig Bock auf das Game. Ähm. Da wird jetzt auch jeden Tag ein Part kommen. Das heißt. Wer auch keine Zeit hat. Äh. Wer auch. Entschuldigung. Wer ähm. Auch keine Zeit hat um das durchzuspielen. Kann sich das einfach anschauen. Äh. Äh. Wir gehen auch weiterhin so entspannt durch das Game. Also. Wer Bock auf entspanntes Gameplay hat. Ist hier jetzt diesmal richtig. So. Dann danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.